Sehr geehrte Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen unseren Artikel über einen Aktivmatrix-Bürosensor. Wir gehen unseren ersten Schritt in Richtung großflächige, flexible und hochauflösende Sensoren, die im Prinzip wie eine Haut funktionieren. Die Aktivmatrix bringt uns Auflösung und Bildqualität. Und dafür verwenden wir unsere organische Elektronik und diese integrieren wir mit unseren Polymersensoren auf nur einer einzigen Polymerfolie mit nur sieben skalierbaren Strukturierungsschritten. Sie sehen hier die wesentlichen Performance-Parameter und die Aktivmatrix in Aktion im Video. Auch bei einer Erweiterung auf 10x10 Pixel ist diese Matrix noch schnell genug, um die Sicherheitsnormen der Robotik zu erfüllen. Damit sind wir unseren ersten Schritt in Richtung Sensorhaut gegangen.